also süden sucht das dorf akrabisch ich schrieb mir akra als ich das nicht mehr fern findet die zwei türken ok ich muss mal richtig glüten halten geht nach süden hat er dann regenschau dabei nein ok meine rüsse ist aus edelstein die rostet nicht also hier ist noch mal ein schild nach akk ich würde naja ich glaube nicht das was ich probiere mal noch nicht entdeckt wir auch zu einfach jetzt ok alles klar der weg wo hier kommt mir doch sehr bekannt vor hier mit mit der geschüttelten erde es kommt einem doch bekannt vor ja ja atlas lass uns erst mal richtung süden gehen ich gucke nur ob ich hier schnell was habe hier ich wollte dabei nacht gehen oh was sind wir hier sind habt ihr alle ein reise bitte mal weg was ist das denn hier tolles hier hast du eins ne oh hier kann man fressen kaufen hier gibt es fresserchen ja leider ich habe kein geld dabei naja ja toll ihr geht in urlaub ja und kein geld dabei ne war ja quest ist ja arbeit hehehehe aber merken er hat spiegelei hat er und grill spiessen das ist doch ich kann das am schmor braten oh lecker oh ich hab drei taler du ey willst du irgendwas kaufen ich überlege grillkäse komm herr schmerz du kriegst acht taler komm herr hier oh paschengeld was kauft ihr denn pack das boot erstmal weg ich glaube nicht dass wir es noch brauchen oder ne doch können du sein aber ist egal einfach weg packen bisschen chips ja glasierte karotten feuriges chili das geht immer wenn es die unterhose aushält ne wenns ich hoffe du ja perfekt dann haben wir erstmal was vielleicht mit den quest ist eine schöne sache ja ist es auch ist eine quest im vierteljahr aber ist ja nicht verkehrt genau so oft dann ist es nachher kein highlight mehr ne ich könnte auch eine weihnachtsquest noch machen ja für die adventszeit für nur das weihnachtsdorf ja ein weihnachtsdorf ein weihnachtsdorf ja das finde ich auch geil ich auch ein weihnachtsdorf so was machen wir jetzt verleuter schreck wir müssen erstmal richtung süden smash genau äh richtung süden die zwei türme sind nicht mehr weit die müssen wir jetzt finden was sagen sie alle sind nicht mehr weit immer relativ ne so wie manche kilometer und meter angaben hier wenn du manchmal wandern gehst dann steht da irgendwie so ja da und dahin noch einen kilometer und du latsch und latsch und latsch und es nimmt kein ende und dann kommt er wieder noch ein kilometer es gibt genau much tolle super schöne schlucht da gehen wir mal auf dem maus drum herum das wäre jetzt bin ich vom baum gelaufen der arme baum so trotzdem müssen wir uns erstmal richtung süden halten ja sollten wir So haben sie es uns ja beschrieben. Was gibt es da immer zu lachen? Oh, hier gibt es Lamas. Hä? Also, wir... Bursche. Oh, ey. Der Schmerz spielt schon wieder. Ja. Oh, wer ist da hinten? Meins? Oh, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Wie ist hier noch zusammen? Hallo? Was war hier denn los? Was denn? Er hat mich so eine olle Qualle angestochen hier. Aua. 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 Dusselqualle. Heiliger Zackenbarsch. Heiliger Zackenbarsch. Nö, noch nicht, bis auf die Qualle, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend um, wobei hier ist jetzt Matsch und Schlamm und... Treibsand, Treibsand. Treibsand, Treibsand, Treibsand und so Zeug. Hm, 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 hm. oh treibt dann kommt er denn hier her keinerlei ahnung ist die stelle wo man nicht weiter bis auf die aus kärtchen auf kärtchen legen wir überlegen hier sind ja noch wirklich von uns jetzt ein bisschen ich würde vorschlagen wir gehen mal ganz kurz ein bisschen richtung osten und dann richtung nügen weiter in der männchen ja pass auf für mich eher vielleicht ein bisschen westlich halten er kann gerade nicht er spielt schießt doch hier auf mich wo bist du bist in richtung westen du passst doch nicht auf hier ne ich meine gerade schmärscher kommt der creeper steht fast neben ihm und fängt an zu zischen auf die karte fixiert da gibt es schweiner braten erst mal den hole ich mir gar nicht so einfach wo ist der schmerz der tornt den wurm ok schuki ist hier immer vorangehen also ich den westen erst mal das müsst ihr wissen wir gehen wollt wenn ich geht jetzt richtung süden runter geht um einfach richtung süden ja ich bin gerade auf wildschwein jagen warte weg 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 ach was sind den obelix wildschwein ja ich habe hier ein turm gefunden gekochtes wildschwein ist ververmittelt soße das arme schwein das arme schwein herrlich sind zwei leuchttürme finden ja ich habe ich bin froh wenn ich irgendwas finde aber hier ist ein ort game over zurück zum start oh was ist das denn hier tolles nein da gehe ich jetzt mal rein oh was ist denn das denn tolles das ist er besser ah der ist neutral ein schöner ort der gefällt mir was ist das für ein türmchen hier kurz mal den ort angucken und man irgendwas findet was einem bekannt vorkommt ah hier game over zurück zum start smash also ich habe hier ist der stein zum entdecken des dorfes äh wo bist denn du also was für ein steinchen hast du entdeckt da hinten ist ein schild game over ich denke mal wenn man da drauf klickt ist man ruckzuck wieder in sie husern du bist in silberburg du bist in silberburg silberburg so bist du da reingegangen ja 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 geh ich jetzt auch aber die haben schöne betten zu übernachten hier gefällt mir sieht gemütlich aus auch immer du gehst ja alles jetzt ist ein sturmbrummer ja dann mach ihn platt warum denn er nervt so also das der turm kann es nicht sein warte mal hast du wo seid ihr denn zwei turme die leuchten aber dieser leuchtet ja nicht ja weil meistens meistens versteckt sich ja jemand hier drinnen aber hier ist schon mal ja aber hier ist glaube ich gar keiner doch der tempo ist joo nee ist die ganze unten nein also der turm ist schon mal definitiv nicht nicht oha mit dem rede ich lieber nicht hier drin was was ne ne mit dem rede ich lieber nicht hier drin mhm was ist mit dem stimmt denn mit dem wie du sie machst da eh da was treibt ihr hier wo seid ihr hä ist doch keiner klar hier im ort am weg stein am weg stein ja wartet mal da komm ich da auch hin wieso willst du mit dem nicht reden der ist doch blend ist doch äh neutral mit dem rede ich nicht bin eigentlich in ein gebäude reingehen wo Schmerz drin ist da rede ich nicht mit dem ne 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 stein du bist doch gut abgewohnt du musst doch gucken wo Schmerz drin ist du geistert hier drin rum so und mit wem quatschen wir jetzt nicht seiet ihr uns wohl gesehen ihr gibt es nichts für euch geht nach Südosten und sucht die zwei Türme sucht euch bei Queens dienst also nach südosten und osten müssen uns jetzt halten ich finde es lustig ich finde es einfach lustig da bin ich mal was lustig aus auf ist ja komm ich habe dich unter was er über das dorf erzählt hat das dorf wurde abgebaut von einem wie euch genau ich vermute mal wir gehen dann dahin und dann sind die leute total aggro weil andere spieler ihr dorf kaputt gemacht haben und wir müssen uns wahrscheinlich dadurch metzeln das kann vielleicht sein okay dann auf sie mit gebrüll hier ist der weg wie hier ist der wegzündet das heißt jetzt das ist da wie bei alles im wunderland ein weißes kaninchen sogar hier herr kann nickel das spiel schon wieder meine güte ja das sieht gut aus zwei türme die leuchten denkt man hier gibt es gold cool ihr seid ja beschäftigt ne keine zwei türme aber er leuchtet er leuchtet ja aber da muss man zwei vielleicht auch nicht muss halt gucken was nachts ist smash wir warten jetzt mal die nacht ab und dann gucken war gehe ich so lange schwimmen guck mal die gegend an ja ich habe einen fehler gemacht wir hätten das südwesten gehen müssen mist der leuchtet ok kann aber auch nicht reingehen sind wir in der falsche richtung heute mal guck mal wir wollen eben gesagt hast wissen südwesten mir passt schon passt schon das passt ihr habt ihr habt nur das gasthaus links liegen lassen das gasthaus da müsst ihr euch glaube ich nur nach westen halten nach nordwesten müsst ihr euch halten das war eine verkehrte angabe in dem haus weil ihr müsst nicht wissen wenn auf dem rückweg dort einkehren wenn er da noch lebt in der augen ja weil wir warten eh auf die nacht oder wir gehen kurz hin werden ja wir sagen wir gehen mal hin das kann auch sein dass wir auch überleben das weiß ich doch nicht aber sind wir wieder hier ja erstmal zum gasthaus es ist aber gerade dunkel geworden ist denn hier das gasthaus ich glaube ich sehe es ein stück straße cool das ist gleich straßentyp wie dort hinten das heißt das war früher mal verbunden das muss dadurch verbunden werden das ist ja cool sehr interessant hier gibt es einen briefkasten jetzt ein kühles kühles blondes genau hallöchen na du also ihr habt das haus gefunden da gibt es jetzt auch noch immer schön wer sind sie denn hier ich habe da vinci gefunden ich finde das gasthaus nicht mehr das ist da wo tembo sich gerade offen noch ein bierchen bitte herr barkeeper abend ach seid ihr auch schon da sind sie der reiseleiter ja ich bin der leise reiter genau ja die brauche immer ein bisschen länger die blickt meistens links statt rechts ab und so finde ich auch schön gemütlich hat was hier können wir schlafen wenn ihr wollt ja nicht schaden ratzen genau ratzen wagt es nicht zu schnarchen habe ich euch gleich ein kissen ein schädel ich nehme die prinzessin suite ja ich bin im bett ich auch gute nacht ich muss kurz was gucken hast nur der dachbrunnen ein berühmtes monster und ein bett genau monster ag buch na wer soll ich im bett ich bin im bett ich bin im bett man konnte in den schrank gucken da war kein monster drin frisch ausgeruht ja lass uns mal diesen futti mal fragen der vielleicht hat der irgendwie kommt ihr öfters hier vorbei im nord gibt es viele spinnen wohin wollt ihr nehmt euch in acht es lauern gefahren hier gibt es barbecue chips hier unten cool kannst du nur ans essen denken sauerraben zwiebel chips gibt es hier ja gebratener trut haben apfelwein gibt es hier cheddar und sauerraben kartoffel chips gibt es hier leber und zwiebeln gibt es hier was gibt es hier sehr reichhaltig schonkost kartoffelbrei mit knoblauch das hört sich gut an schokoladen es hat er hier sogar lecker ich brauche schokolade ich bin noch hier hier werden wir auch mal den weg mal weiter brauchen müssen bis zum anderen ort das ist eine ganze ecke hier ohne da ist so gut so viel ist das nicht da drüben ist das andere dorf da muss der brücke gebaut werden was ist denn das da mal kurz mal gucken ok auch hier ist eine ruine von der brücke das war mal den weg zum dorf rüber das dorf da drüben das ist neutral da müssen wir aufpassen darf man keinen angreifen wo er vorhin war das habe ich vorgefunden da war nur noch das glas noch da so wollen wir mal weiter wer macht denn sowas ich weiß nicht ja richtung südwesten südwesten ne südosten war südosten sollten wir gehen gehen wir vielleicht wieder dahin wo der turm war ich geh mich mal kurz waschen ja so einmal frisch gemacht das belebt hast du gute idee ja stimmt hat was wo wollte er jetzt hin ach da wo vorher wart oder was ist das war ja die ursprüngliche ansage nach südwesten gehen das muss ich ändern was stimmt denn jetzt südosten war nicht sorry ja südost ja was gab es jetzt irgendwie südosten stimmt aber mhm also das hat er gesagt ne ok ja ja südosten hat er feuerchen wo diese miete katze hier habe ich mal kurz auf dem arsch geklappt der miete katze hier ist ein tempel gibt es gibt es ja was nur darum ist noch ein tempel ich weiß nicht müssen wir wenn wir müssen wir in das sumpfgebiet rein hoch ist feuerchen so böde pflanze war hier spielfreudig ne was seid ihr denn jetzt höre ich gar nicht mehr da sei da wartest du bitte ich muss auch ins schiff was seid ihr denn jetzt sehe ich grad gar nicht was seid ihr denn oh da seid ihr Richtung südosten mit dem boot jetzt seid doch schon viel zu weit ja da müssen wir nochmal zurück wenn wir zu weit sind dann haben wir hier ans einen rein gelogen zwar beide haben wir wieder an bord zu weit aua er smashed hast du dein boot noch? ja auf einmal zwei ne dann ist das meins eins davon ja komm her ja komm her hier nimm mein boot die sagt gerne mal irgendwelche sachen von anderen ein kenne ich so jetzt müssen wir uns mal gucken das war jetzt hier hier würden wir ja schon mal nicht so verkehrt liegen das gebäude vielleicht mal rein vielleicht haben wir da noch information kann ja nicht schaden wir können wir mal kurz gucken oder ich hole dich gar nicht so einfach weißt du was schatt weißt du nix von ist mir alles neu auch mal den berg oder in hügel das sind wir doch ein bisschen abgetrieben ich bin doch auch noch hier dann gehen wir mal voran das wieder der genau da ist dieser vielleicht leuchtet tun okay wir brauchen aber zwei jetzt ist der erste leuchtende turm und wir müssen einen zweiten finden leuchtet er denn überhaupt jetzt ist wieder tag ist käse aber sieht nicht darauf aus dass wenn der leuchtet kann man jetzt nicht ist das machst du ich habe ja man muss ja mal gucken da was drin ist geheimnisse ja so ist das halt fremde sachen kaputt machen da kommt die bestrafung da leuchtet er überhaupt so schön ist mit teil hier drinnen nehmen sollte überhaupt nicht auch da seite irgendwie drehen wir uns doch hier im kreis ich komme hinterher wenn er meint ich gucke mir nur mal dieses andere tempel die hier und da ist kein turm da bist du auf dem holzweg man muss dann noch informationen schauen ja die stinkfrucht da bist du auch schön da brauchst du nicht an schlimm warum das nicht wieder toll sind tempel cool also ich bin hier beim tempel ich gucke nach informationen hier ist aber nix so war ärgerlich aber immer besser gleich dunkel ich bin ganz viele blümchen hier ein bisschen stinkfrucht mit dem stinkfrucht baum machen da kannst du nichts machen mit weißt du doch gar nicht da kannst du nicht rum stinken sind ganz viele blümchen hier oder die quest lösen da wird keine lust auf blumen bist du nur auf ja das wäre schön wenn man sich die dieselbe mitmachen würde jetzt gucken wir mal ob der turm leuchtet ja der leuchtet na wer baut sie da hoch ja gut jetzt schmerz schmerz märz lachen wir uns sehen hier also ich sehe den sonnenuntergang der von hier oben ist der sonnenuntergang sehr schön ich sehe den schmerz unter mir blubbern. Ja, aber das ist der erste, der erste leuchtende Tor. Wir brauchen noch einen zweiten. Der Mond geht auf. Ach, ist das schön.